Wir haben wieder Mittwoch. Ich grüße Sie ganz herzlich hier aus der Pfarrkirche in Großzimmern, wo Sie jetzt auch sind, ob Sie jetzt zum Otzberg oder zum Dekanat oder zu uns gehören. Von vielen Leuten kriegen wir gesagt, dass unsere Streaming-Gottesdienste ja ganz nett sind, aber der richtige Gottesdienst natürlich schöner ist und das geht uns genauso. Also, es ist eine Notlösung mit dem Streaming. Wir sind froh, dass wir vielen Menschen da die Frohe Botschaft auch bringen können, dass sie da mit dabei sein dürfen, aber uns fehlt auch etwas. Uns fehlen die Menschen. Wir haben zwar hier die Bilder und mir geht das auch so, dass wenn ich etwas nicht habe, dann fange ich es an zu vermissen oder ich fange es nicht an zu vermissen. Und das ist etwas Gutes, dass diese Sehnsucht da ist nach der Eucharistie. Wir haben jetzt in den Streaming-Gottesdiensten immer das Gebet nach, wenn wir hier die Kommunion empfangen, wo es darum geht, um diese Sehnsucht nach Gott, um die Bitte auch, dass er jetzt nahe ist, wenn es um diese geistige Kommunion geht. Es wird sich jetzt zum 4. Mai wahrscheinlich etwas ändern, dass wir wieder öffentliche Gottesdienste anbieten können und wie das genau funktionieren wird, das wird uns Jutta Moka sagen. Ja, auch von mir ein Hallo an diesem Tag. Ja, endlich ist es soweit, sagen die einen. Die anderen sagen, naja, hätte man vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Viele freuen sich darauf, dass wenn sich nichts ändert, und das wissen wir letztendlich ja nie, wie wir ab 4. Mai wieder Gottesdienste feiern dürfen im kleinen Rahmen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das in dieser Situation gut machen können. Genaue Zahlen können wir noch nicht sagen, aber mehr wie 50 werden sie wohl nicht werden. Wir haben uns Folgendes gedacht, damit es relativ gerecht verteilt wird. Sie können sich im Pfarrbüro anmelden für einen Gottesdienst. Eine ungewöhnliche Situation, dass man sich für einen Gottesdienst anmelden muss. Aber wir müssen wissen, wer kommt und wann die Zahl erreicht ist, damit niemand am Sonntag vor dem Haus steht, vor der Kirche steht und nicht mehr rein darf. Aber dafür besteht ja nicht nur am Sonntag die Möglichkeit, an dem Gottesdienst teilzunehmen, auch samstags und unter der Woche zu den Werktagsgottesdiensten. Auch dafür gilt das Gleiche. Rufen Sie an und sagen Sie, wann Sie teilnehmen möchten. Wir schreiben Sie auf die Liste. Und falls dies schon voll sein sollte, werden Sie für den nächsten Gottesdienst vorgesehen. Das Ganze braucht auch eine Ordnung. Wir müssen mindestens zehn Quadratmeter pro Person haben. Und Sie dürfen sich im Gottesraum nicht begegnen. Wir werden Plätze markieren und Platzanweiser werden Ihnen sagen, wo Sie sich hinsetzen können. Und es wird auch ein Einbahnstraßensystem geben, wie viele das vielleicht schon von der Schule gehört haben. Wahrscheinlich durch den Mittelgang hinein und an den Seiten, durch die Seitenschiffe, wieder zu den Plätzen nach der Kommunion oder auch wieder rausgehen. Die Seiteneingänge werden dazu auch geöffnet. Es sind viele Vorschriften, aber wir hoffen, dass wir so wenigstens ein bisschen die Sehnsucht stillen können, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern und an der Eucharistie teilzunehmen. Kleine Schritte. Wir hoffen, dass es Ihnen Freude machen wird. Uns wird es Freude machen, mit Ihnen wieder, nicht nur mit Bildern Gottesdienst zu feiern. Und so wünsche ich Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie gesund, damit wir uns auch hier wieder sehen können. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!